Liebe Fans, Leon Schmitz ist jetzt wieder da. Ich mache Kaslautern gegen DSG Hoffenheim. 1 zu 6 hat Hoffenheim gewonnen. Jan Oles Fürs, Janik Steinberg, Kevin Krauss, Florian Dick, André Arnold, Marz Albeck, Gino Frischner, Julius Biada, Christoph H. Hemlein, Henrik Zuck, Lukas Beifis, mit Hoffenheim. Ergur Koplehl, Bafel Götriabheg, Ermin Bikakig, Nico Schulz, Kevin Vogt, Stefan Bosch, Leonardo Bittencourt, Stefan Zuber, Finkonso Grifo, Adam Satsali, Joel Linton. Das war's von Kaiserslautern gegen Hoffenheim. U-Wertzeit 12.21 Uhr.